Alter, der hat mich erschreckt. Ist ja bescheuert. Ich renne schon mal zum Dorf. Das ist natürlich kacke, wenn da hinten einer spawnt. Boah, der Kerl, Alter. Beutel, komm, 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 komm. Vollgas. Wo bist du denn? Ich renne zum Dorf. Yo. Yo. I'm behind you. Ich bin am Hänger. Los, seh dich. Geh in mein Haus rein. Okay. Oh, hier ist ein Scaff drüben bei Benji. Und den hole ich mir gleich. Rauchst du bei mir im Gebüsch rum, ja? Nee. Okay, dann kommt hier was bei mir. Ja, ein Scaff vor meiner Tür. Schießt ihn. Oder es ist ein Spieler. Schade. Sah aus wie ein Spieler, Mann. Also hier vor meinem Zaun direkt bei mir steht einer. Den aus der Straße. Musst nur erschießen. Mach ich gleich. Er macht mich nervös, wenn der da so steht. Lass mich erst mal hier schön looten. Oh, ein Pferd. Sehr geil. Braurig. Und du bist drinnen in Sicherheit, oder? Ja. Der schimpft. Ja, lass ihn meckern. Bist du in meinem Haus? Nee. Dann ist wahrscheinlich der Scaff da jetzt reingegangen. Oder jemand anderes. Ich schieße noch ein paar Karten. Ich bin im Schuppen. Ich bin im Schuppen. Ach, du bist im Schuppen. Ja, ja. Ich bin im Haus. Aber... Mann. Ja, ja. Ja, beruhige dich. Alter. Ja. Oh, der ist richtig aggro. Das ist ein Kumpelstod. Das gefällt ihm nicht. Da ist der Nächste. Ja, der ist hinter mir quasi. Hinter dem Zaun. Mhm. Läufst du? Ja, ich bin hier draußen vor der Tür. Ich fass mal den Scaff kurz an den Po. Ja, mach das. Bonus! Alter, der hat mich erschreckt. Ist ja bescheuert. Hast du ihn erwischt? Ja, klar. Mausetot, Victor. Also... Boah, da drüben der Nächste. Bei dir. Sehr schön. Also nicht, dass er dich durch den Zaun sieht. Na, was hat er denn noch versorgen? Ich dachte, du bist große. Da oben war, glaube ich, einer. Was heißt oben? Am... Richtung Seegemühle. Genau. Bin mir auch nicht sicher. Ich habe ein Scope drauf. Ich check das. Rechte Seite. Da habe ich, glaube ich, jemanden gesehen. Mann, die Älter. Da schieße ich doch noch so scheiße. Gut, aber hinten Richtung Brücke war da auch noch einer hinterm Zaun, oder? Na, zumindest scheint es so, als ob sich da was bewegt. Du rennst? Ja. Gut. Ja, ich höre ihn. Warte, ich komme mal mit. Kennst du? Ja. Okay. Davon, Davon! Mann! Brauchst du Hilfe? Ja. Leg ihn los. Es gibt es doch nicht. Ich halte dich erst mal, weil ich habe Schüsse gehört. Ja. Von Richtung, wo du gesagt hast, wo du einen gesehen hast, du könntest. Alter, wie sieht das? Ach, sie ist es. Ich halte dich erst mal. Ich gehe mal kurz abchecken. Hm. Gibt es doch nicht, Mann, hier. Wie soll das dann werden, wenn ein Spieler vor mir steht? Okay, da ist noch ein Scaf. Der ist bei Benji drüben wieder gespawnt. Okay, da renne ich gleich hin. Aber ja, sei vorsichtig. Wie gesagt, es könnte hier auch irgendwo ein Spieler sein. Ich würde eh gerne mal in Benjis Hals gucken. Ich renne dir dann einfach hinterher. Ja. Oh, ne, der ist drüben bei dir irgendwo. Oder hinter dem Bus. Oh, ne, der ist noch einer. Ja. Komm mal hierher, Matze. Ja. Er kommt hier. Da, wo ich gestanden habe. Er schießt auf mich. Ne, 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 das kann nicht der Scaf sein. Doch, es ist der Scaf. Okay, warte. Wo ist denn der Hund? Pass auf. Rechts, rechts. Äh, Quatsch. Ja. Hä? Wo ist denn der jetzt? Oh. Er hat mir eine Waffe gebracht. Oh, und eine Bodyarmor, die ich brauche. Sehr schön. Geh mal bei Benji ins Haus. Okay, Beule. Wünsch mir Glück. Ja. Dass der Spieler hier nicht irgendwo ist. Der hat hier vorne übrigens noch einen Gabelhutbeutel. Ach so, brauchen wir den oder was? Wir brauchen den für eine Quest. Noch vier Scafs brauche ich. Bei dir hat sich keiner mehr getummelt, oder? Ne. Ich glaube, hier haben wir jetzt alle durch. Mehr werden hier nicht spawnen, denke ich. Okay. Dann würde ich versunken das Dorf. Alter, wie das klingt, wenn man einen Waffen hinlauft. Komm mal. Komm mal rein. Ich bin oben auf dem Dachboden, ne? Okay. Also bei Benji, ne? Ja. Gut. Da wollen wir raus und nochmal rein, oder? Naja, wir müssen ja auskürz. Da haben wir schon noch ein Stück. Ach so, du willst nicht bridge, oder was? Ich habe kein Geld mit. Äh, warte. Hast du Geld mit? Ja. Ach so. Dann machen wir das Beste vorbereitet. Ich leg das hier und das Daffel weg. Okay, sehr gut. Danke. Stimmt. Ich muss ja auch lebend entkommen. Das ist eine gute Idee, den Beut. Ich bringe dir die 5.000 gleich wieder mit rein. Okay, Stress. Da bezahle ich dir die Ausfahrt. Hä? Jetzt war das wieder so. Ich habe dich nicht gesehen, aber jetzt habe ich tatsächlich gemerkt, wie ich dich weggeschoben habe. Jetzt hast du mich nicht weggeschoben, wollte ich sagen. Hey, hast du mich echt nicht gesehen? Ich würde mich nicht vergessen. Ich würde dann bezahlen? Bist du schon soweit? Ja, kannst du zahlen. Zahl, zahl. Ich will dich von der Straße runterholen. Wegholen. Na, komm her. Dass man da immer 5 Mal drücken muss, ey. Was? Naja, irgendwie ist das ja verpackt. Nö, es geht eigentlich. Du musst bloß, glaube ich, zum Stillstand kommen erst. Deswegen drücke ich 2 Mal. Ach so. Ja, das kann sein, wenn man in Bewegung ist. Ey, wir haben noch übelst Zeit. Er stürzt schon los. Ich habe nicht geguckt. Ja, dann machen wir gleich nochmal rein. Die 4 Scabs werden wir schon noch kriegen.